Wie ist es? Wie ist das denn? Du kannst es wieder sehen. Ja, ich bin jetzt auf Feuer! Oh ja, ich mache das alles. Aktivieren in Kombat-Mode. Weiter! Komplett geschlossen. Ein Gebirgs-Schokobo-Armband. Finde ich gut. Hatsch! Hatsch! Behalte dein Atem für dich. So. Folger. Oh ja, Folger. Aktivieren in Kombat-Mode. Das ist ja noch besser als hier, Feuer. Was ich eigentlich auch reichen wollte. Later! Weiter! Take that! Oh ja! Komplett resolved. Aktivieren in Kombat-Mode. Ja! Take that! Weiter! Ja! Hatsch! 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 Sehr gut! Wir sind zwar verflucht jetzt. Weiß nicht mehr, was Flucht macht. Ah ja, sie zuhause ist heftig hier aufgeräumt. Wo ist der Schatz? Warte! Wir kommen einmal... Nein! Wir kommen nicht als Erster. Die trägst du uns wieder aus. Was bildet die sich eigentlich ein? Da ist manchmal etwas nett, weil sie sonst rumflennt. Und die Kleine meint sofort, sie kann sich alles herausnehmen. Na warte! Beim nächsten Mal kann sie was erleben. Magieverstärker! So, in der letzten Schatztruhe war bloß ein komisches Foto. Ob es bei Shinra-Sitte ist, Schatztruhe mit Müll zu füttern. Jetzt habe ich endgültig die Faxen dicke. Die Shinra-Spinner können mir alle, aber wirklich alle gestohlen bleiben. Hörst du? Alle! Und ja, in einer Unterwassergrotte soll ein Schatz der Shinra-Forschungsabteilung lagern. Den werde ich natürlich einsacken. Also, Shinra-Dumpfbacke, wenn du da was gegen hast, dann solltest du hier schleunigst auftauchen. Naja, gegen mich hast du sowieso keine Chance. Ähm... Was macht Fluch? Das ist so meine Frage. Nicht, dass ich hier was verschwinde. Also, wir nutzen es einfach so. Haben wir gespeichert? Ich wollte eigentlich einmal speichern. Es ist nämlich immer gut zwischen zu speichern, Leute. Immer. Es ist natürlich jetzt schwierig, ob wir die extremen versuchen. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Wir haben ja gespeichert. Wir haben ja gespeichert. Wir haben ja gespeichert. Okay. Komisch, es ist die gleiche Höhle! Oder? Es ist schon ziemlich gleich aus. Activating Combat Mode. Oh Gott! Ne, 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 ne. Du, ich muss weggehen, ey. Oh Gott! Wie stark war dat viel denn? Okay, ich weiß doch nicht, ob ich extrem gemacht bin. Nein, 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 nein. Du machst gar nichts. Oh Gott! Das hier wird noch lustig, Leute. Das hier wird noch sehr, sehr lustig. Glaube ich. Das hier wird noch nicht. Das ist noch wieder eine Kiste. Das ist ja kipfel. Oh, ja. Äh, die Kiste. Oh, ich lauf hier sofort hin. Zum Hauptgegner. Ich will gar nicht vor, anders mehr hin. Oh, ja. 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 Oh, ja.